Das war Matt gestern, Lennige. So, Matt und ich machen ein kurzes Ruell. Wir machen ganz kurz. Wir splitten die Mitte. So, zack. Ihr seid meine Seite? Scheiße. Quatsch. Spaß. Wie gewinnt. Und das ist die Seite von Matt. Und wie heißt das so schön? Als Gentleman sagt man, Ladies first. That's before. Fertilins weg. Okay, wir fangen an. Enttäuscht mich nicht, Leute. Ich zähl auf euch. Ich hab gestern verloren. Ich weiß ja, ich weiß ja nicht. Ihr müsst so laut schreien, so laut ihr nur könnt. Okay? Egal, wenn ihr bei der Fallschwein sagt. Wait. Jetzt hab ich gewonnen. Okay. Sag dir gut, Tero! Ja! War gut. War nicht? Ich würde anfangen. Okay, das sind jetzt wir dran. Ich glaub ziemlich, dass wir gewinnen. Jungs, Mädels, das ist nicht. Ich schrei alles, was ihr habt. Bis die 10, ja? 3, 2, 1! Das ist Stopp. Wow. Ich hab hier wesentlich mehr Männer. Und die sind tief. Das sind alles Baritons, okay? Und du hast immer so Prahne da. Ja. Aber weißt du, Dominik, ich wende dafür. Alle zusammen, Mario. Genau. Weil wir sind ein Gruber, wir sind... Gemeinsam sind wir stark. Und das Ganze kombinieren wir jetzt, okay? Links, rechts. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Lass das Ball sein für die Seele.